Druckfehler drin war, also das war nicht einfach. Wir hatten in diesem Jahr, muss ich selber zählen, zwei, drei, sechs, neun Mitglieder abgebildet, wie sie noch klein waren oder wie sie auch klein sind. Fifi, ne? Also, auf der ersten Seite war zu sehen, ganz oben der Sascha Deckbüller, rechts als Matrose der Fifi, auf der anderen Seite meine Wenigkeit bei der Einschulung, 1984. Dann haben wir hier Ivan Hoh, der schwarze Ritter, rechts oben war der Willi Wellnitz, in der Mitte hatten wir den Jürgen Bömmels, der selbst gestreckte ihn auch, rechts oben Jürgen Tessmann, dann hatten wir links unten von euch gesehen, das ist der Rainer Hinterland, der hat sich im Grunde auch nicht so viel verändert. In der Mitte, unten, ist das Beste. Ingo Fischer am Polizeimotorrat, mit der Poly Pocket Latzhose, finde ich das Beste. Ja, herrlich. Und ganz links unten, das konnte man am PC besser erkennen, manipulisch, mit einer ganz kleinen Nadel, der hatte so eine Spange, so eine Haarspange, aber wunderbar, hatten Sie den Jürgen Gärten. Jetzt ziehen wir in der Hoffnung, dass mit Internethilfe und Rätselhilfe auf den Tischen die richtige Antwort dabei rausgekommen ist. Jungermann, ziehst du mir mal einen Losabschnitt hier raus? Hier oben. Nee, du. Super. So, jetzt gucken wir mal. Der dritte Platz sind fünf Biermarken. Das Lösungswort war Ringdorp. Gewonnen hat eine Monika Kaminski. Tai. Ki. Monika Kaminski. Schnucki. Nein. Monika Kaminski. Fünf Biermärkchen. Muss nicht hier sein, nee. Also, würden wir auch übergeben? Kennt denn jemand die Monika Kaminski? Du kennst die? Dann nimmst du doch mit. Tanja, oder? Ja. Machen wir so. Super. Abholen. Super. Tanja kommt. Tanja. Aber nicht wieder viel Leber kaufen jetzt davon von der Märkchen. So, Platz zwei. Eine Flasche Sekt auf den... Ach, wer geht denn los nochmal? Jetzt zieh mal rein, von oben schön wühlen. Nein. Da steht, Ringdorp. Helene Klamoyne Klein von den Kalker Barbaren. Also, ich denke mal, das werden wir im nächsten Jahr dann übergeben. Die Flasche übergeben. So, der erste Preis beim Rätsel ist eine Fünf-Liter-Dose. Frühkölsch... Frühkölsch... Kalt... Kalt... Ich gratuliere dir. Alles richtig gelöst. Ich gratuliere dir. Du hast recht. Du dir auch. Ja, wunderbar. Das behalte ich hier. Viel Spaß. Aber nicht heute aufregen. Erst die Biermärkchen aufbauen. Und neue kaufen. Du darfst das heute nicht trinken. Du musst erst Biermärkchen wieder kaufen. Nein, bist du heute.